Moin Leute, endlich ist es soweit, heute ist der neue Far From Home Trailer gedroppt. Wir sprechen darüber, wer die neuen Spidey-Bösewichte sind und was dies mit Avengers Endgame zu tun hat. Willkommen in der Nerdschule, ich bin Dennis und das ist Nerdtaste. Und kleiner Spoiler-Alarm, hier können natürlich auch Spoiler zu Avengers Infinity War auftreten. Einige Überraschungen zeigt uns der nächste, nämlich der 21. MCU-Film Spider-Man Far From Home, der am 4. Juli 2019 in die deutschen Kinos kommt. Eigentlich hat sich Spider-Man aka Peter Parker in Avengers Infinity War ja in Luft aufgelöst und ist auch nicht im neuen Avengers Endgame Trailer zu sehen. Wie kann er denn dann plötzlich in Far From Home sein? Dennoch soll Far From Home nach den Abenteuern von Endgame stattfinden, später aber dazu mehr. Erstmal kurz und knackig, Peter Parker fliegt mit seiner Crew in den Urlaub nach Europa, in den Städten London und Venedig. Es wird wohl eine kleine Romanze mit Michelle geben oder wie sie auch letztem Teil sagte bei In Homecoming, sie wäre MJ, also ihr Kurzform wäre MJ. Ja, das heißt ja schon vieles. Nett ist auch wieder am Start, wie auch Flash Thompson und auch wie ein alter Bekannter, nämlich Nick Fury, der trifft zum ersten Mal auf Peter Parker und erklärt, was es mit den neuen Bösenwichten, nämlich den Elementals, auf sich hat. Aber ich denke mal, ihr seid dafür da, überhaupt zu wissen, wer sind die Elementals. Wir sind ganz klar im Trailer, Hydron, Magnum und Hellfire. Magnum wurde auch bekannt gegeben im IMDb-Cast. Hydron könnte man sagen, das wäre ja auch vielleicht Hydro-Man, aber da komme ich gleich zu. Aber überhaupt, wer sind jetzt überhaupt diese Elementals? So, bei der Elementals handelt es sich um die vier extradimensionalen Humanoide, die mit der Kraft über Naturkräfte zu Unsterblichen wurden. Erster Auftritt, die Elementals waren als erstes im Supernatural-Thrillers Ausgabe 8, August 1974 zu sehen und wurden von Tony Isabella und Val Merrick kreiert. Teamliner, Hellfire, der Anführer der schorkischen Gruppe, der Flammen erzeugen kann. Hydron, ein Feind mit Wasserkraft, einschließlich der Fähigkeit, Wasser zu kontrollieren. Magnum, verfügt über Fähigkeiten, die die Manipulation von Erde, Mineralien und Gestein ermöglicht. Nicht zu sehen, aber eventuell bei der 10-Mitte-Brücke, nämlich Cephyr, die einzige Frau des Teams, die die Kontrolle über die Luft hat und dadurch viele Aspekte beeinflusst. Somit wird es Hydro-Man oder Gar-Sand-Man nicht im Far-From-Home geben, aber vielleicht werden sie nach den Elementals als Skule mit anderen Körpern erschaffen. Ja, das wäre eher das Thema dazu mehr, der Sinister Six. Aber einen langen Erzfeind aus den Comics, nämlich Mysterio aka Quantumback, der Meister der Fiktion und Illusion, seine Stärken, Spezialeffekte, Illusionsexperte, Hypnotiseur und Magier, der aber den Anschein trübt, dass er wohl gegen die Elementals kämpfen wird und es im Verlauf des Films ein Widersacher von Spidey werden könnte und sich mit Vulture, der ja auch bekannt gegeben wurde, Michael Keaton als eine Rolle und natürlich Jake Gyllenhaal ist ja der Mysterio, zusammentun. Und als Twist kontrollieren sie gar die Elementals, um Spider-Man zu besiegen. Das wäre der Anfang der Sinister Six mit Mysterio, Vulture und vielleicht dann ja später Sandman und Hydro-Man. So kann man es hinspielen, wie man das will. Man hört auch immer wieder von Gerüchten, Quantumback sei bei S.H.I.E.L.D. und es sieht auch am Schluss so aus, hätte er den Zeitstein in den Händen gehabt. Zudem sehen wir auch noch zwei neue Spider-Man-Anzüge. Allzu einen den Susparia-Anzug, der so ein bisschen angelehnt ist an die Comics und einer sieht stark nach dem Noir-Anzug aus. Ja, was heißt das jetzt für Endgame? Irgendwie taucht Spider-Man ja wieder auf. Wir tauchen natürlich im Dunkeln, was natürlich ein Geniestreich von den Marvel Studios ist. Eine Theorie ist natürlich immer noch da, dass sich die Superhelden in einem Paralleluniversum befinden und gar nicht tot sind. Die Theorie mit den Realitätssteinen, mit den Seelensteinen, dass sie da drin gefangen sind und mit den Gedankensteinen. So, aber trotzdem ist das so das Ding, was man auf jeden Fall sagen kann, weil das Treffen hier stattfindet mit Nick Fury, dass das Thema mit den New Avengers ins Rollen kommt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einiges hier beibringen in der Nerd-Schule, in der Erklären und dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen, wie ihr das fandet. Ich werde dir nächstes wieder zu sehen sein. Keine Angst, ich bin nur gerade der Zeit sowas von erkältet und jetzt habe ich noch was anderes bekommen, aber egal. Das ist jetzt auch Nebensache. Trotzdem, Leute, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da und lasst natürlich ein Like da. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao. Und dann geht's, Leute, bis dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020